Hallo und Servus bei Wolfs bei KONTUR TV. Heute werde ich mich auf die Spuren von Minidou begegnen. Und zwar werde ich den Malialan rauffahren. Das ist ein geschotterter Pass hier in Kroatien, nahe der Küste im Velebitgebirge. Und da kommt man dann immer wieder vorbei bei bekannten Schauplätzen aus den Minidoufilen. Ich werde mich auf die Spuren von Minidoufilen benutzen. Ich werde mich auf die Spuren von Minidoufilen benutzen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.